Die Kleinen werden doch wirklich immer viel zu schnell groß. Ehe man sich versieht, fangen sie an zu laufen, gehen in die Schule und fahren Auto. Kurz gesagt, für die Eltern geht es gefühlt einfach viel zu schnell. Das bemerkt jetzt auch Schauspielerin Diane Kruger. Die 43-Jährige postet dieses süße Video ihrer kleinen Tochter auf Instagram und bringt damit im Nu alle Herzen zum Schmelzen. Der 2018 geborene Wirbelwind stolziert mit Mickey Maus im Gepäck durch die Straßen und setzt zielsicher einen Fuß vor den anderen. Warm eingepackt und mit Kapuze auf dem Kopf flitzt die kleine Maus über den Asphalt. Dieser niedliche Moment muss natürlich festgehalten werden. Mama Diane kann es gar nicht glauben und schreibt zu dem goldigen Video, Baby wird nicht so schnell groß. Tja, das ist wohl leichter gesagt als getan. Die Kleine ist der ganze Stolz der deutsch-amerikanischen Schauspielerin. Ihre Tochter krönt das Liebesglück mit Dianes Lebenspartner Norman Reeders, mit dem sie seit 2016 durchs Leben geht. Dass die schöne Blondine nun diesen zuckersüßen Moment mit uns teilt, ist wirklich eine wahre Seltenheit. Denn von ihrem Privatleben gibt die 43-Jährige sonst nur wenig Preis. Umso schöner, dass sie nun diese goldige Aufnahme mit der Welt teilt.